Hallo miteinander zu einer weiteren Ausgabe vom NHL Let's Play. Es ist jetzt bereits unser elfte Spiel und wir fahren in die Innerschweiz zum EV Zug zu dem Spiel. Anders als in der richtigen Meisterschaft geht es da am EV Zug gar nicht gut. Der EV Zug ist aktuell auf dem 10. Tabellenplatz mit nur 9 Punkten aus den ersten. Ja was sind sie jetzt mit? Weil ich glaube auch Zug hat 10 Match gespielt. Also ein denkbar schwacher Saisonstart für die Innerschweizer. Und wir wollen denen jetzt natürlich auch gar keinen Kredit geben, sondern wir wollen, während wir da den Topscorer gesehen haben, und da sehen wir Damien Brunner. Wir wollen den Zuger eine weitere Niederlage hinzufügen. Da der Leonardo Cennoni. Und da der Yussi Marcanen. Man sieht es da erst zwei Siege erholen können. Der Gegengaschip von 2,8 ist zwar auch nicht schlecht, aber eben halt zu wenig Siege. Und wir starten mit dem Bulli. Metropolit gegen Reto Fonarx. Reto Fonarx gewinnt es. Und der Taticzek bereits das erste Mal im Vorwärtsgang macht dann aber den Abspielfehler. Aber auch auf der anderen Seite eine erste Ungenauigkeit. Und der Cicco da. Auf der Reto Fonarx und der Marcanen mit einer ersten Parade. Der Waus wird natürlich versuchen, ähnlich wie jetzt Biel früh in Führung zu gehen. Früh an den Match zu entscheiden. Aber natürlich von der spielerischen Klasse her würde ich sagen, ist der Zug natürlich schon nochmal eine Stufe hoch einzusetzen. einzusetzen, einzuschätzen, nicht einzusetzen, wir werden reden, äh, der Lukas Stopi jetzt im Angriff, zurück auf den Ramholt, und der trifft, 1 zu 0 nur der Tim Ramholt von der blauen Linie, ich glaube nicht abgelenkt worden, der schuss, vierte Minute, also wieder eine frühe Führung für den HZD, jawohl, nicht abgelenkt, Ramholt mit seinem ersten Saisongoal, ja, die blaue Linie ist ein bisschen übertrieben, er war recht weit vorne, schon ein hoher Bulli-Kreis, aber ein Schuss aus der Distanz, die wieder einmal zum Erfolg führt, 1 zu 0 für den HZD, also auch da jetzt wieder auswärts in der Bossard-Arena, und jetzt wieder der Tati-Check im Böck, will den Zykkoran einsetzen, den Zykkoran kriegt den Böck dann auch noch, schüsst, aber am Goal vorbei, Metropolit wird vom Fonax checkt, und 2 zu 0, 6. Spielminuten von Arx auf den Tati-Check, Tati-Check schüsst und der Zykkoran mit dem Ablenker, also wieder die Paradeformationen zugeschlagen, in Komplettbesetzung, da, und dann klären Goal für den Zykkoran, da, da ist es nicht mehr schwer gewesen zum Einschieben, Abwehrarbeit mangelhaft bei den Zykkoran, und es steht schon 2 zu 0, nach 5 Minuten und 16 Sekunden, also wieder eine frühe, Vorentscheidung, Fragezeichen, kann, da, der Einfall-Zykkoran noch einmal darauf reagieren, da, wo aus, probiert den Vierfall gleich nachzulegen, mit dem Gookkisberg, wird ein wenig angegangen, kann aber den Böck da behaupten, zweimal zumindest, nachher ist Schluss gewesen, der Führer hat den Böck abgeluchst, Stub passt hinten gut auf, lanciert dann gleich den Bürgler, wo aber jetzt da rechts ganz allein ist, und der Böck auch umgehend in der Zykkoranabwehrfestigung verliert. Zykkoran, lanciert schon wieder den Taticek, der wieder zurück auf den Zykkoran, Jan von Arx holt sich die Scheibe, bleibt zurück auf den Ramholt, Taticek lenkt vor dem Goal ab, aber nicht ins Goal, sondern am Goal vorbei. Und der Zykkoran, ja, so hat er der Anderfin, den Sulander, verwutscht, aber der Markanen lässt sich da nicht überlisten, und der Retofonax fängt die Scheiben ab, aber auch da lässt sich der Markanen nicht austricksen, ja, Davos wieder einmal sehr, sehr dominant in der Anfangsphase. Das letzte, ja, immer ausgezeichnete Spiele. Und jetzt der Gin-Menu vom Eis. Er, ich bin er noch in die Fahrt gekommen. Da kommt der Wieser nicht mehr an den Böck her, schlägt über die Scheibe. Und das ist offside. Der Marker, der Händezuger verpflichtet. Es gibt natürlich im Spiel auch Free Agents, und man sieht da Plus-Minus-Bilanz. Die komplette erste Davoser-Linie ist in der Top-5 von der Plus-Minus-Bilanz drin. Eben zu den Free Agents, die es natürlich im Game drin hat, und natürlich die CPU-Teams, die sind da natürlich zahlreiche verpflichtet, und darum fälscht sich da natürlich das Bild schon ein bisschen von der richtigen Schweizer Meisterschaft, aber die Misch stört das nicht. Die werden sich da noch einen verpflichten, wenn sie mal Verletzte geben sollen. Halte das nicht für ausgeschlossen, aber momentan ist ja kein Handlungsbedarf da. Acht Siege in zehn Spiele. Und da schon auf dem Weg zum neunten Sieg mit dem Guckisberg jetzt im Angriff. Marker entfängt den Puck ab, lässt ihn wieder frei. Marker hält den Puck in der Zone, von der Kasut mit einem Abschluss, aber der Seyna ist zur Stelle. Marha jetzt noch mal mit einem Vorstoss, das wird vermutlich noch ein Slapshot werden. Nein, der Helbring fängt den Puck ab. Kein Slapshot mehr in dem Drittel. 2 zu 0 nach dem ersten Abschnitt zwischen dem EV-Zug und dem HC Davos. Also der beste Teil ist gerade 0 zu 2. Weil wir sind ja auch in der Innern-Schweiz zu Gast beim EVZ. Am jüngsten Klub, der in der National League A spielt, glaube ich, 1967 erst gründet. 1998 sind sie Meister geworden. Und weil ich ja da im Voraus aufnehme, denke mir, wird jetzt mittlerweile die richtige Meisterschaft, also die National League A, Saison 2012-2013, bereits beendet sein. Zum Zeitpunkt, wo ich die Aufnahme gemacht habe, ist, dass Spiel 7 Ausstehungen zwischen Bern und Zug. Und wer weiss, vielleicht ist ja Zug ins Finale, und wer weiss, vielleicht ist Zug ja jetzt auch schon Meister. Kann durchaus sein. Vielleicht ist es auch Fribourg Meister, vielleicht ist es auch Bern Meister. Mehr sind nicht mehr drin. Also einer von diesen drei wird sicher Meister. Und wenn ich so vorrechne, dass in 16 Tagen der Meister feststeht, spätestens, aber frühestens irgendwie der Meister eben auch schon in 9 Tagen feststehen kann. Und wenn er eben schon in 9 Tagen feststeht, dann ist jetzt die Saison nämlich schon fertig, weil die Folge da dann sicher noch nicht online gewesen ist. Aber es spielt ja auch gar keine Rolle, ob jetzt die Saison schon vorbei ist oder nicht, weil sie hat ja mit meiner Saison nichts Gemeinsames. Aber wenn vielleicht am Schluss das Krienteammeister wird, wer weiss. Aber jetzt wieder zurück zum Spiel, weg von Realität, weg vom realen Hockey. Auch wenn das Spiel natürlich schon sehr, sehr real ist. Aber wir wissen, was ich meine, das ist eine virtuelle Liga, da wo ich spiele. Damals war ich mit weg von Realität, mit dieser Offseilentscheidung da. Jetzt gibt es das Bulli in der neutralen Zone, wo der Rizzi ausführt, gegen den Hulgen. Mehr oder weniger unentschieden. Jetzt der Bürgler am Vöck, wieder auf den Rizzi. Der Rizzi legt zurück für den Bürgler. Der prüft den Markenann. Und dann bestät die Prüfung. 5 Minuten sind bereits wieder gespielt, im zweiten Drittel. Immer noch 2 zu 0. Und wenn wir jetzt einmal das unglückliche Eigengoal von Lukas Staub gegen Freiburg wegzählend, hat Davos seit den drei Goalen, die so schnell gefallen sind gegen Zürich, kein Goal mehr zu lassen. Also eigentlich seit dem Timeout vom Delcourto kein Gegentreffer mehr. Also das Timeout hat am matchübergreifend wirkig. Wenn natürlich jetzt halt die Gegner nicht mehr... Oh, der Chinman fängt den Puck ab und jetzt... Ja, trifft er leider, leider nicht. Da hätte er sich jetzt können aus dem Loch rausspielen quasi. Wie eben Loch. Das ist natürlich schwierig zu sehen. Er ist einfach ein bisschen ein Fremdkörper in dieser Mannschaft nach wie vor. Er lässt sich jetzt auch wieder auswechseln. Wenn dem der Weiser nochmal einen Angriff startet. Und der Jocki mit dem Puck. Prüft da den Markanen und der Phonarx mit einem kernigen Check. Blüht dann der Puck, gegnt aber runter. Lindemann im Kampf mit dem Jocki und der Sutter jetzt im Angriff. Auf den Brunner. Aber auch der Brunner bezwingt Cennoni in dieser Situation nicht. In dieser schwachen Phase hat sich Davos ganz klar steigern können und ist jetzt wieder wesentlich besser schön abgefangen auf dem Südkora und das gibt kein Konter weil der Südkora zu langsam ist. Bringt der Puck denselich noch aufs Goal. Und jetzt hat er ihn wieder. Aber wird abgedrängt. Und Lindemann ist das glaube ich das war, was er da entscheidend am Abschluss hinteren hat können. Kommt nach wie vor 2 zu 0 und jetzt wieder Zuger im Angriff. Tatiček kommt nicht an die Scheibe. Aber der Puck gehört jetzt dem Tatiček. Aber der Pass kommt erst über Umwägen beim Cookiesberg an. Rito von Arx mit einem Schuss aus dem Handgelenk. Und ein gefährlicher Abschluss, aber der Ramhold passt auf und sorgt dafür, dass der Brunner in den Puck kommt und der Tatiček mit Platz. Und mit einem guten Abschluss oben rein. Rüvenacht setzt sich aussen noch durch. Aber das gibt nichts mehr. Obligers Schuss am Goal vorbei. Nach 2 Drittel steht es 2 zu 0 für den HCD. Ähnlich wie beim Saison startet schon wieder eine recht lange Serie ein von Drittel ohne Gegentreffer für den Leonardo Cennoni. Ich meinte, das Goal gegen Freiburg ist im zweiten Drittel gefallen. Das heisst, dort ist das dritte Drittel in ohne Gegentreffer geblieben. Womit wir jetzt bereits schon wieder bei 6 Drittel sind ohne Gegengole. Aber auch diese Serie wird natürlich enden. Das ist klar. Das wird kaum jetzt die ganze Saison so weiterlaufen ohne Gegengole. Wäre auch gar nicht spannend. In dem sind wir die Bullis recht ausgeglichen. 5 zu 4 für den Zug. Jetzt geht es gerade 5 zu 5. Jetzt ist es wirklich ausgeglichen. Tatiček setzt sich durch gegen den Brunner. Er fährt draussen durch. Tore. Hätte dann der Zuckara wollen einsetzen da hinten. Aber der Pass ist nicht angekommen. Und jetzt wieder der Reto von Arx. Mit einem guten Abschluss. Wink ist vielleicht ein bisschen spitzig gewesen, aber Zuckara. Und der Brunner kommt schon wieder nicht durch. Und der Zuckara mit Tempo das Mal. Der Pass beim Tatiček kommt nicht an. Auch der zweite Passversuch kommt nicht beim Tatiček an. Und der hat Tatiček den Böck gleich. Zerliert ihn aber wieder. Jetzt kommt der Pass beim Tatiček an. Zuckara mit einem Abpraller. Der Zuger blockt. Und der Böck landet nachher beim Zuckara auf dem Stock. Allerdings ungefährlich. Der Abschluss der Markanenz sicher im Goal. Und nach wie vor steht es 2 zu 0. In dem Spiel. Lugano hat übrigens im letzten Match auch wieder gewonnen. Das heisst Davos ist nach wie vor Tabella zweit. Ich weiss nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Falls ja, tut es mir leid. Und jetzt gibt es eine Strafe gegen Rizzi. Weil er da noch einen Angeschläge hat. Und jetzt vielleicht der Zuger mit den letzten grossen Chancen. Weil wenn die die Strafe nicht nützend muss es nicht daraus gesprachen werden. Was jetzt passiert, weil es Offside gibt. 6,5 Minuten. In dem Drittel sind vorbei. Und hier das Nachschlafen vom Rizzi. Weil vielleicht auch ein bisschen Frust. Weil er Jack nicht sauber ansetzen konnte. Und jetzt also 2 Minuten Überzahl für den EV-Zug. Und in dieser Saison bereits 3 Überzahl-Goal schiessen konnte. Schöner Jack hier. Und der Gin-Man kriegt den Puck aber nicht zum Drittel aus. Die Gin-Man darf jetzt also Unterzahl spielen. Mit dem Marha zusammen. Am Stop. Und dem Jan von Arx. Und der Genoni mit einer Parade. Und dann hat der Puck wieder frei. Das war nicht so schlau. Meint den Pass komme ich an. Ist aber nicht angekommen. Und deshalb jetzt den Zuger am Drucker. Und jetzt kann er Marha befreien. Marha mit Platz. Marha mit Zeit. Marha muss auch gar nicht pressieren. Marha hält den Puck. Macht das wirklich sehr gut. Tanzt da noch 3 Zuger aus. Fahrt zur Mitte. Und macht es fern. Jetzt 3-0. Josef Marha umkurvt die ganze Zuger-Abwehr. Und bezwingt nachher auch noch den Marcanen. Zu einem Shorthander. Zweiter Saisontreffer von Marha. 49 Newton. Wir sehen es noch einmal. Unter die Latte, glaube ich, ist der sogar gegangen. Oder ist der vom Pfosten hinein? Man sieht es vielleicht hier noch etwas besser. Ja, vom Pfosten hinein. Der hat also gepasst. Und der Marha bleibt gerade auf dem Eis. 3-0 jetzt also. Anstatt dass Zug noch einmal zurückkommen ins Spiel. Macht Marha die Vorentscheidung. Mit dem 3-0. Aber das Powerplay läuft natürlich noch weiter von den Zuger. Aber der Puck ist bereits schon wieder draussen. Und damit ist jetzt auch die Überzahlsituation vorbei. Und das gibt Ising. Unerlaubter Befreiungschlag jetzt auch noch bei den Zuger. Also momentan geht es ziemlich anders. Wie man sieht, hier haben wir unter Topscorer. Drehgol 5 versisst. 8 Scorerpunkte in 9 Match. Ja, das ist natürlich auch ein Zeichen, warum es am EV-Zug nicht läuft. Sie machen einfach kein Goal. Sie scoren nicht. Wenn der Topscorer 8 Scorerpunkte hat, während der Topscorer bereits schon 9 Goals hat. 15 Scorerpunkte. Oder hat er in dem Match auch schon wieder einen gemacht. Der wäre schon bei 16. Ich bin es gar nicht mehr sicher. Bürgler. Schnappt sich der Puck. Und dann lenkt der Cookiesberg noch ab. Aber der Marcanen mit Glück. Jetzt in dieser Situation. Weil er hat nämlich nicht gewusst wo der Puck ist. Tremendous hit right there. Both of them are gonna feel that one. Aber kein weiterer Treffer für den HCD. Wo natürlich mit einem weiteren Treffer seine 4er Serie aufrecht halten würde. Da haben 4-3 gegen Zürich. Jetzt hat es ein 4-1 gegen Freiburg gegeben. Und dann ein 4-0 gegen Wiel. Jetzt noch 5 Minuten Zeit, um gegen Zug auch noch das 40 Goal zu schiessen. Zürich wird gecheckt. Kann den Puck noch ein wenig abdecken. Aber seine Mitspieler sind zu wenig schnell aufgerückt. Um in dieser Situation noch etwas zu machen. Dann blockiert der Taticzek zwar den Pass von Wozniewski. Aber der kommt einfach nochmal an den Puck. Oh, ist es jetzt wieder gefährlich geworden. Aber der Grossmann hat aufgepasst. Reto Fonax mit dem Puck. Lanciert der Taticzek in die Decke runter. Und der Taticzek. Ah, da wäre der Zürich auch wieder vor dem Goal gepostiert gewesen. Aber der Taticzek wird im entscheidenden Moment am Pass gehindert. Und wir sind schon wieder in der letzten Spielminute. Von diesem Drittel. Oh ja. Das letzte Drittel sein wird. Und jetzt nochmal eine Chance für Zug. Aber dort lässt sich natürlich Leonardo Ceroni nicht bezwingen. Ja, Lee Jin, man. Noch einmal mit einem Angriff. Oh, und dann lenkt der Zuger den Puck auf den eigenen Goal. Aber der hat aufgepasst. Weitere also 3-0. In diesem Spiel. Hier nochmal der Schuss von Metropolit. Ja, genau auf die Stockhand von Ceroni gespielt. Natürlich keine Gefahr in dieser Situation für das Goal. Für Forster müssen wir dann noch einen Abschluss nehmen. Marca nicht hält. Aber Forster bleibt verletzt am Boden liegen. Hoffentlich ist das nichts Schlimmeres. Wir sehen es dann nochmal. Die Attack von Rüvenacht. Kein Foul zwar, aber Forster bleibt verletzt liegen. Ich werde sicher im nächsten Match erwähnen, wie lange Forster ausgefallen wird. Und in diesem Match werden wir es einfach nicht mehr erfahren. Ja, das ist jetzt natürlich schon ein bisschen ein Schlag. Noch zum Schluss von diesem Spiel. Und Ceroni. Mit hartem Körpereinsatz hier nochmal in der gegnerischen Zone. Und Marca nochmal mit einem Abschluss. Den Ceroni das zweite Mal gut vorgecheckt hat. Und mit dieser Parade rettet Ceroni sich auch diesen Showdown. 3 zu 0. Einen weiteren Auswärtssieg. Diesmal beim EV-Zug. Der EV-Zug kommt damit nicht zur Krise aus. Bleibt damit weiterhin ganz ganz unten in der Tabelle. Zehnt sind es vor dem Match gewesen. Jetzt sind es vielleicht sogar noch einer retourgefallen. Das war das 2 zu 0 vom Südcoran. Da eine Chance von den Zugern. Das 3 zu 0 vom Marca. Und da der Game-Winner vom Ramhold. Das 1 zu 0. Das Slapshot. Von hinten. Und wenn wir irgendwann mal wieder auf 3 Stars von dem Game. Alle 3 Torschützen drin. Der Ramhold, der das 1 zu 0 geschossen hat. Der Marra, der das 3 zu 0 geschossen hat. Und der Cercora, der das 2 zu 0 geschossen hat. Haben es in die Übersicht geschafft. Also wieder der Cennoni nicht drin. Trotz. An einem Shutout. Und wir schauen auf die Übersicht. 1 zu 0 vom Ramhold. Sein 1. Sein 1 Saison-Goal auf Pass von Staub und Rizzi. Haben es 2 zu 0. Gnapp 2 Minuten später durch den Cercora. Sein 4 Saison-Goal auf Pass von Taticzek und Reto von Arx. Und dann im 3. Drittel in der 49. Minute. Der Josef Marra in Unterzahl. Das schöne Solo-Goal. Sein 2 Saison-Treff. Der Jan Fonax hat noch eine Cisco geschrieben bekommen. Auch wenn da eigentlich der Marra alles alleine gemacht hat. Mit dieser Übersicht bedanke ich mich wieder für das Zuschauen bei euch. Ich hoffe wir sind auch das nächste Mal wieder dabei. Wenn wir dann, wenn es mir richtig in Erinnerung ist, auf den SC Bern treffen werden. Bis dahin bleibt mir nichts mehr als Tschüss zu sagen. Und bis zum nächsten Mal. Tschau.